Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute zeige ich euch anhand eines Replays, wie ihr im Early Game durch einfache Wave Manipulation und Technik den Gegner in eine schlechte Position bringen könnt. In diesem Game spiele ich in einem Challenger Match Mordekaiser gegen Keana. Hierbei müssen wir uns erstmal anschauen, wie das Matchup in den ersten Levels aussieht. Beide Champions sind hier Nahkämpfer und haben beide mit ihrer Q einen guten Wave Clear und Damage Spell. Da Keana aber erst ab Level 2 ihre versteckte Q einsetzen kann, kann ich als Mordekaiser entscheiden, was ich mit der Wave mache. Worauf ihr auch immer achten solltet, ist, wo startet euer Jungler und wo startet der Gegner-Jungler. Das könnt ihr eigentlich immer sehen und zwar, wir müssen einfach nur schauen, welche Lane pullt. Wenn Bot-Lane pullt, dann startet der Jungler Bot-Lane. Wenn der Top-Lane pullt, wie hier in diesem Beispiel die Keana, dann startet der Gegner-Jungler Top-Lane. Klar, kann man auch einen Pull faken, aber vor allem in unteren Elos, aber auch in High-Elo wird das eher selten gemacht. In diesem Game startet mein Jungler beim Blue-Buff, deswegen kann ich auch direkt Level 1 in der Lane sein. Keana ist Level 1 sehr spät auf die Lane gekommen, also kann ich davon ausgehen, dass der Gegner-Jungler beim Blue-Buff startet. Wenn also der Kragas beim Blue-Buff startet, könnt ihr euch sicher sein, dass er in die untere Map junglet, weil er natürlich seinen Rap-Buff haben will und somit nicht Top-Lane sein wird Level 3. Also so um die dritte Minute ist der Jungler normalerweise Top-Lane, wenn er Bot-Lane startet, aber hierbei, ja, Kragas startet Blue-Buff, er wird drunter-Junglet zum Rap-Buff und wird dann Bot-Lane sein. So, den ersten wichtigen Tipp, den ich euch geben kann, ist, wenn der Gegner Top-Laner für seinen Jungler pullt, könnt ihr einen Out-Attack auf einen Range-Minim machen, sodass die Range-Minims ein Target fokussen. Hier in dem Beispiel war das ein bisschen komisch, die haben irgendwie re-aggot, aber meistens funktioniert es. Das heißt, wenn der Gegner zu lang pullt, wird er direkt Level 1 einen Minim verlieren und ihr habt direkten Vorteil. Wie ihr seht, habe ich Level 1 die Kontrolle über die Lane. Okay, jetzt kommen wir zum zweiten Tipp, und zwar, wenn ihr den Push habt, also wenn ihr Stärke Level 1 seid und schon mehr Minions habt als der Gegner, dann last hitted die Minions, also slow pusht die Wave. Der Planheber ist, ihr möchtet eine große Wave kreieren und mit der dritten Wave, die eine Can-Minion Wave ist, möchtet ihr die Wave in den Tower pushen. Der Gegner muss dann viel Zeit investieren, die Wave unter seinem Tower zu klären und er könnte euch somit einen Recall for free holen. Teleport müsst ihr hierbei nicht benutzen. Da ihr die Wave in den Tower gepusht habt, wird die nächste Mini-Wave zu euch pushen. Ihr werdet dafür zwar 2-3 Miniminals verlieren, jedoch habt ihr dann einen Item-Vorteil. Hier in dem Beispiel haben wir einen Amplifying-Turm, aber wenn ihr ein AD-Charakter seid, könnt ihr euch einfach eine Dorans Blade holen, die euch dann in den meisten Matchups einen riesen Vorteil gibt. So, zurück in der Lane und ihr seht, Kiana hat ein großes Problem. Sie muss diese Wave irgendwie in den Tower pushen, weil sie sich einen Reset holen muss, um unseren Item-Vorteil zu beantworten. Sie kann die Wave jedoch nicht auspushen, weil wir erstens einen Item-Vorteil haben und wir auch in einer Mini-Wave das 1 gegen 1 gewinnen. Und zweitens, das ist natürlich ein Bonus, und zwar mein Jungler ist da, weil mein Jungler Bottling gestartet hat. Selbst wenn ihr Jungler da wäre, bin ich in einer Position, wo ich nicht gegankt werden kann. Das einzige, was sie machen kann, ist ihren Jungler zu callen und mit ihm dann die Wave auszupushen. Ihr könnt mir das mal in die Kommentare schreiben, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr noch nie einen Jungler gesehen habt, der euch hilft, einen Freeze zu brechen. Ja, die haben wahrscheinlich Angst, geflamed zu werden von euch, wenn sie CS nehmen. Zurück zum Beispiel, was Kiana machen könnte, wenn mein Jungler nicht da wäre, ist zu basen und dann den Teleport zu benutzen, um den Item-Vorteil zu beantworten und die Wave dann auszupushen. Jedoch haben wir als Mordekaiser dann entweder die Möglichkeit, unser TP ein paar Minuten später einzusetzen, um wieder einen Item-Vorteil zu bekommen, oder einfach auf die Bottling TPen. Natürlich hat Kiana hier keinen Jungler, deswegen bleibt ihr nichts anderes übrig, als sicher zu farmen und nicht zu sterben. Hierbei bekommen wir einen großen CS-Lead, weil wir hin und wieder Kiana von Minions zonen können. Sobald ihr dann genug für euer nächstes Item habt, könnt ihr wieder zurück zu Step 1 gehen, also die Mini-Wave slowpushen, das heißt die Minions last hitten und eine große Wave kreieren und dann wieder zu resetten. Ja, leider hat die Kiana dann noch einen DC bekommen, als wir die Wave auspushen wollten, also bekommen wir hier noch einen Free-Kill. Wenn ich ein Ehrenmann bin, dann lasst ihr einfach in Ruhe, aber die LP sind mir einfach zu wichtig, Jungs. Na gut, ein kleiner Bonus noch am Ende, ich TP Botlane, weil ich mir meinen TP aufgehoben habe und bekomme mir noch 2 Kills obendrauf. Auch ein Tipp, schaut immer auf die Botlane, wenn ihr auf die Lane läuft, wenn ihr TP habt und TP dann runter. Aber generell TP's ist wahrscheinlich eher für ein anderes Video, weil es gibt auch Situationen, da könnt ihr nicht TPen, wenn ihr auf die Lane läuft, weil eure Top-Wave schlecht steht und ihr dann zu viel verliert. So, das war's für das Video, danke fürs Zuschauen, Jungs, falls ihr mehr sehen wollt, einfach subscriben und liken und kommentieren, bla bla bla, ihr wisst Bescheid. Eine Sache noch, ihr könnt mir an die E-Mail unten in der Beschreibung eure Replays schicken, ich bin mir nicht sicher, wie ihr das am besten macht, einfach googeln am besten. Und dann kann es sein, dass ich die in einem Video analysiere, ich möchte nämlich auch ein bisschen mehr Low-Elo-Games analysieren, weil da mehr Fehler gemacht werden und ich dann mehr erklären kann. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.